Hallöchen und Herzlich Willkommen zu dem weiteren Wart von Final Fantasy 99 Und wir sind auf Terra nach wie vor, sind wir auch noch nicht mit dem Level fertig Ähm, wie ihr sehen könnt, ähm, ja, fehlen den guten Leuten hier noch ein paar Level-Pünktchen Und, äh, ich werde auch gleich mal nachschauen, wieder voll auf Control-Free-Konzonen Ob hier irgendjemand etwas Neues brauchen kann, aber ich glaube, ich glaube wirklich, ne? Glaube ich nicht Nope, äh, na Das Harbad braucht Aiko noch, die gute Freya Hat, glaube ich, auch waffentechnisch dabei nix Ah, da haben wir eh den Diamant-Helm und so Der ist auch fertig, ich da auch noch was Und da ist, ja toll, auch gleich fertig Äh, der gute Bahagun Hat seine Krallen gemetzt und geschärft Das ist wieder Startklar für heute So Ja, das hat er mir vorher nicht gesagt Ja, ich bin bereit, Leute Das kann man heute, gell? Okay, wie du möchtest Dann Gehen wir weiter leveln Also wie gesagt Mein, äh, persönliches Ziel ist Level 50 Level 50 Und, ja Äh, geht Gott sei Dank eh recht flott von mir Ich brauche halt leider noch ein bisschen Aber Die erste Partie ist ja schon fertig Die Gek-Zitane ist bald Man ist so weit am Markt Level 90 Während die anderen grad mal Level 50 sind Man kann ich leider nicht austauschen, was ich schaden finde Aber es ist halt der Hauptcharakter, ne? Das muss man verstehen So, ich muss jetzt wieder vorsichtig sein, ne? Ähm, wegen dieser komischen Infizierung da, ne? Also nicht so tolle So, klauen Ja, wer tut Und die mir kommt wohl schon da Die gute Eikon wird gleich wieder genesen tun Mit Vakzin, das glaub ich, ne? Ich lese dir eben sowas wie so ein Backpulver-Soldat Vakzin Ist ja eben sowas für eine Backhilfe? Ich bin so schlecht in Summe Ah, ja Ist der eine jetzt Backpulver-Soldat? Jawohl Ähm, jetzt gehe ich kurz kontrollieren Ich kontrolliere dich Ich kontrolliere dich Ja fast, du hast richtige Medikament-Verblattung Alles gut Ah, wir kommen Und die nächste Äh, die Gek-Zitane, die Gek-Zitane Das heißt Du gibst die Gek-Zweya, das Öhm, Vakzin geklärt zu werden Aha Schau mal, gar nicht verkrankten worden Aha Auch mal Aha Ja, ok Dann Badi 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 Zahle Zahle Äh, eigentlich ist Zahle Er wurde nicht Ich hoffe, dass es ausgeschlossen ist Aber eigentlich Genau Dann machen wir das Dann machen wir das Ja Jojo Das war mein Mix Ok Passt, alles kaputt Bravo Supi Aiko Fein gemacht Ja Immer Refleck Wilhelm Tell Uh Level Up für Aiko Supi Opal Phoenix Feder Und äh Und jetzt so starke 2000 Gil Gut Wir tun wieder anlegen Diamantenhelm Gibt's da noch was Tolles? Wow Den Martin Blautürhelm Der Der Andere Refleck Ring ist eh Ausgedient Hat Spurring Und sonst noch was Bib lip bi bi Ja, nur kleine Sachen ne fraudör Da gibt es einige Angriffsvorteile Buack Aber ich denke, wir fangen vielleicht, ja, es muss ich fangen mit dem Rosen, um einen Eingriffsvorteil, weil es eben wo ein tollerer Effekt, ein besserer Effekt abbilden kann. Zwei Mal, aha, okay, Warte, ein Schicht ist dann mit dem erledigt. Okay, da hat er, nehmen wir, warte, Entschuldigung, nehmen wir den hier, die Springerstiefel. So, da springt sie dann durch die Gegend, wirst du sehen. Die Aiko kann mit vier Abilities nichts an. Oh, cool, MB plus Adrenalin war matt, verhindert Stopp, Stopp haben wir hier sowieso nicht, das heißt, ja, können wir gehen, MB plus und der gute Zitane, Zitane, also nur irgendwas außer Pokerherz, Geld und Leben überfallen, das war Schaden machen beim Stipitzen, ne, ja, ja, das nehmen wir auch mal mit, ist gut. Äh, die gute Freya, kannst du Wilhelm Tell oder so, haben wir dir das gegeben, kann man schauen, ja. Ah, dann ist er nichts, ne, dumm, verpasst, alles gut, dann geht's weiter. Wir machen weiter, 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 weiter. Wir werden sowieso noch viel leveln dürfen, also, für den, ähm, geschichtlichen Endboss, sag ich mal, ähm, wie habe ich eh schon öfters gesagt, brauche ich, aus meiner letzten Erfahrung sicher Level 75, das heißt, da ist schon noch was, da ist nach oben hin keine Grenze, nicht so wirklich, so, wir rufen, wenn es jetzt noch ausgeht, Martin, Delta-Attacke. Das heißt, Zitane trägt, ne, ja, mal schauen, ob, äh, die gute Aiko in, also, die hier komplett zerstört, ich meine, Zitane, das verstehe ich schon so viel level. Wenn Aiko die drei jetzt mit einem Schlag bin, dann nicht das, ist auch wurscht, weil, äh, wie gesagt, Zitane, die schon so ein unglaublich vollkommen. Ah, wenn sie, ja, ja. Und, alle drei helfen? No, einer lebt. Ist gut, können wir noch Zitane retten. Und wenn Zut läuft, ist noch Maha Gott schnell genug. Ja, das war perfekt. Da kommt Freude auf, yeah. Bravo. Alle Klingeln, uh, 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 uh. Ähm, Maha Gott noch level up erreicht, ups, Entschuldigung. Ähm, 2300. Ill, Opal und Pacti sind unser. Sehr schön. Dann ist das gar nicht mehr so schlau. Wenn der Diebstahl Schaden macht, wartet kurz bitte. Ähm, er legt die Hunde. So, angehängt, dann tun wir das gleich wieder weg. Nein meine Güte tut das weg Dann ist das gar nicht mehr so super Ehrlich gesagt Wir fehlen jetzt eigentlich noch Queenie Ich bin schon. Ich bin schon. Ibi. Ich glaube, irgendjemand fehlt noch. So, Attacke-Bomb. Sicher. Ähm. Angriff. Oh, ich kann nicht bestimmt, wie es tut. Ähm, Migra. Zitane. Wenn es rausgeht. Jo, ich bin schon. Zitane ist beschädigt. Braucht er schon irgendwie heilen? Warte, ich schau noch mal. Das Fliege kann das, glaube ich, auch, oder? So nah, das Fliege. Klar, das ist allgemein voll. Ein bisschen Glück. Können wir dich klein gehauen? Wack, siehst du jetzt tot. So geht's auch. Bravo, Mahagon. So geht's auch. Sehr fein. Boah. Ja, aber felsenfester werden. Ibu, buh. Einmal für Zitane, einmal für Freya. Jeweils einmal leveled. Geht eh recht flott. 2500 Gill. Bild drüber und ein Galett. So, wir müssen anlegen. Wieder mal. Was haben wir denn eigentlich gelernt? Da mal nicht nachschauen. Das braucht noch. Felsenfester, ne? Ja. Da haben wir was. Das Rotkäppchen. Das passt mir die Faust aufs Auge. Ah, wie schön. Da war sonst, glaube ich, nix, ne? Na, das ist noch ganz gut. Der ist dann beim nächsten Gegner auch fertig. So. Ah, schön ist das. Echt schön. So. Wah. Ich wollte eigentlich nicht raus. Ah, warte mal. Schaut's mit Mana aus? Ah, für einmal leveled. Einmal leveled geht noch. Ein Ico. Das passt. Das ist gut. So. La 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 la. Die Ico wird dann höchstwahrscheinlich gleich im Team bleiben. Ähm. Ich glaube, Lily hat eh soweit so gut alles gelernt, glaube ich. Glaube ich. Ja, da rübst mir das, eh klar. Bei dem müssen wir wieder vorsichtig sein. Mundgewohnen. Ist das schon das mit Befangen werden? Na, das ist die Geschichte, okay. Vakzin stipitzt. Wusch, Ico hält mich gleich mal. Wir stipitzen wieder. Blitzgau. Habe es, glaube ich sogar. Ja, der Stein stipitzt. Wusch. Bisschen hin? Na, und die eigene Haut? Ne, er ist nicht, äh, immer noch. Kein tot. Er ist nicht. Was ist das? Vakzin? Na, das war aber stipitztes, ne? MP? Ja, ja, MP. Nein, kein Haar, nichts. Sehr gut. Ist jetzt hängig. Komm, Freya, du schaffst es. Noch mal Mut gerufen, aha. Das ist doch ein Heilmittel, glaube ich, nix. Nehmen wir mal probieren. Der Abliefer tut er noch nicht an. Ah, jetzt schwebt er zu schweben. Der fehlt, alles klar. Aber, Alter. Das ist gerade nicht gut. Gut zu sein, gleich zu sein. Oh, das ist super, das bringt mich nicht. Du bist, Fink. Alter, Maragon. Mach' jetzt bloß. Später hin. Das ist jetzt aber nicht so krass. Oh je, Madonna. Die Eichel ist so winzig. Absorbieren wieder von Eichel, ne? Na, Maragon. Das schiebt ja weg. Großartig. Wir brauchen Engel für Freya, mal. Ja. Wir brauchen Elixier für Eichel. Das hoffe ich mal zu sehen. Was? Du bist nicht schnell genug? Yeah. Freya. Warte mal. Was war das schnell? Zieht HB und MB ab. Ähm, naja, naja. Vielleicht lieber nicht. Warte, ein Item. Eventuell. Hohoho. Was machen wir? So, heilen. Engel, führen die Maragon. So, Zitane. Keine Ahnung. Ob sie so einfach rausgeht. Engel, geht sich raus. Vielleicht geht's die Angriffe raus. Engel hat mir gefallen, dass das Viech wird rausnehmen. Ach, schwebt er. Getroffen hat er. Und Sturm ist ein paar, das war jetzt anstrengend. Das war seine knappe Partie. So. Get set, Zitane. Wirklich gut gemacht, Leute. Immer Neviatarset. Buh, buh, buh. Level up für Aiko. Jo, die anderen beiden sind auch bald fertig wieder. Sehr gut. 7000, starke 7000 Elben. Alter Schwede. Wow. Aiko, du darfst heilen. Benutz doch mal Vita. Für. Für hier. Für hier. Für innen hier. Jo. Das schaut schon mal zu schlecht aus. Passt. Alter. Er träumt mein Hals. Alter, wo das heißt. Räusperre, räusperre. Entschuldigung. So. Der berühmte Frosch im Hals. Und weiter geht's da ran. Bam, 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 bam. Ah, die Dreckraße, schwöre. Bam, bam. Bam, bam, bam. So. Wir heizen. Heizen mein? Na, wie stimmitzen. So. Wir greifen an. Hier. Alter. Her. Brems. Der berühmte Frosch. Der berühmte Frosch. Der berühmte Frosch. Der berühmte Frosch. Stoffen. Du bist jede Stoffe. Du? Heils. So. Es hat nicht schlimmer ausgeschaut, dass sie wirklich hier sind. So. Triebstahl fehlt nicht schlank. Genau, ja. Komplett. Hm. Krähe macht nicht Platz. Jawohl. So schaut Teamwork aus. Sau Bär. Yeah. Bravo, Aiko. Wup wup wup. Wup wup wup. Einmal für Freya, einmal für Margon. Beide nehmen ab und Aiko hat Madai erlernt. Bravo. Das heißt, Aiko, du kriegst wieder was Neues. Ich glaube, jetzt müsste das Haarband fertig sein. Ja. Was hätten wir noch im Angebot für dich, meine Güte? Da ist was. Anti-Refleck. Edelbäre. Oh. Wie raus? Ist okay. Du kriegst die Edelbärde. Ist okay. Ability für Freya. Kann man da was für Nünftiges anlegen? Bei 3. Ah, hau denn Lukas. Das war gar nicht so schlecht, ne? Ähm. Genau. Wenn die Wart für Zustand für Nünftiges hat. Also, das kann man nehmen. Gut. Ähm. Bahner-mäßig fehlt alles noch. Alles gut. A-Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Nları- zucchini. Der nächste Gegner. BUAA. Yeah. Na, du Käfer? Das hat ihm nicht gefallen. Sicher. Wir rufen noch mal den guten Marin. Ich Idiote, jetzt können wir der Eiko auf Phoenix rufen. Dann werden alle wieder am Leben gerufen. Kontrolle ist jemand dran. Nein. Das heißt angebildet. Ich weiß nicht, wer bleibt. Ich weiß nicht, wer ist das? Ich weiß nicht, wer ist das? Ich weiß nicht, wer ist das? Blitzgarten. Und? Ist er gut? Nichts ist gut. Bin nicht geklaut. Jetzt ist er gut. Fein gemacht, Leute. Sehr gut. Den jetzt sie ihn bekommen. Sehr gut. Also, er bekommt ein Lernsensort. Sehr brav. Garnett bekommen und starke 2500 Glied. So. Äh, was mach ich da? So, nächster. Der nächste. Next one, bitte. Next one, please. Komm, komm. Hallo. Jawohl. Da haben wir unser nächstes Opfer. Ja, rülpst du da rum? Sehr glücklich. So, warte. Ja, Vollgas. Wir schnitzen. Und es immer Ruhe geben. Ich mach mal kurz Pause. So, ich weiß nicht, wie ich kein Reckner anrede. Aber es geht darum, wenn er wieder eine Ziviertkrankheit macht, kriegt wieder irgendein armer Tropf. Keine Erfahrungspunkte. Und darauf möchte ich jetzt jetzt nicht mehr. Jetzt geht's. Was ist das? Wir greifen weiter an. Bei der Eikon basse ich jetzt wieder auf. Wusch. Und Freya. Zack, brack. Hier, oh. Ach, jetzt schwebt er. Okay. Äh, wir rüfen. Wir rüfen, oder? Okay, wir kriegen zunächst ein Winkelfunkt. Ja, denn wirklich. Wir könnten das hellen tun. Wie gesagt. Ja. Wieder warten. Jetzt gehen wir mit den Superpostes mittlerweile. Ja, der Stein steht ein bisschen zu sauber. Ja, ja, ja. Habe ich es nicht vermutet? Ich habe es aber nicht vermutet. Vakzin. Was? Nichts. Nichts Erkrank. Sowas. Dann ist es jetzt kaputt. Gleich halt zumindest. Irgendwann mal. Ein habe nichts. Ja, super. Die Aiko hat fast keinen Mahler mehr. Oh, ist jetzt Wackung krank? Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Da. Anschir, Attacke. Und Attacke. Jawohl. Verrectus totalus. Kaputus. Jawohl. Bravo. Wo, 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 wo? Ob jemand Level Up erreicht? Entschuldigung, ich habe zu schnell weggekickt. 2.752. Bill und ein Jahre Stein. Entschuldigung, irgendjemand hat Level Up erreicht. Wer war's denn? Ich glaube, die Aiko wieder. Schaut zumindest nach. X-Aiko. Hat wer was erwähnt? Ich habe nur Blilin gehört und mir nicht. Hat Freya? Was gewähnt? Ich werde mal den Spangenhelm dabei geben, weil ich jetzt nicht weiß, wie weit ein guter Stein er ist. Hat er was gehört? Scheinträg. Eviatrass. Jetzt habe ich es sehr wahr. Wah, langsam. Pff, ich will jetzt hier hin. Ich glaube, da ist Jesus fix, ne? Da hat er noch Rotkäppchen. Jo. Ich hoffe, das passt so. Beschämt, schau. Ich habe mich jetzt Aiko überprüft. Na, Aiko nicht überprüft, ne? Aiko. Die kann ja nicht fertig sein. Nein. Völlig unmöglich. So. Wah. Ja, stimmt, ey. Ich muss immer zu dem guten Mogli. Hallo, Herr Mogli. Oder Frau Mogli. Ah, was tust du denn da? So. Ich würde gerne, bitte, zählen. Okidoki. Und dann werden wir speichern mal zur Sicherheit, weil wir schon da stehen. So, wir speichern. Bitte gerne. Es wäre schade um unseren Fortschritt. Wenn der verloren geht, dann muss ich natürlich weinen gehen. Ja, wir gehen. Perfekt. So. Einkaufen müssen wir, glaube ich, nichts. Danke. Das ist jetzt wieder einigermaßen voll. Boah. Ihr seht schon, das Zelt ist nicht mehr, mana-technisch bringt es nicht mehr so viel, ne? Auch vom Leben her geheilt, glaube ich, geht es noch. Weil wir eh nicht so beschädigt waren. Aber mana heilt es nicht mehr so viel. Also regeneriert es nicht mehr so viel, sozusagen. Regeneriert. So. Ah, du, wie ein Beifelschleurer. Ach, du, Patientschleurer. Überrübst. Immer vor der Übster. Keine Barriere. Keine. Gar keine. Cool. So, ich stehe Pizzi. Wir greifen an. Wir warten nochmal auf Eicons. Ah, gut. Das heißt, ich höre nicht. Ach, ich war's. Ah, ich war's. Ich bin unsicher, dass der Beifelschleurer. Ich bin unsicher, ich bin unsicher. Okay, die ist gut. Ah, jetzt fangen wir schweben an wieder. Ähm... Wir dürfen wieder den kleinen, glaube ich. Ah, ist es so weit. Schau, jetzt hätte ich es nicht geretet. Oh, ja. Vakzin am Freya? Ja, wohl. Was? Oh, wohl? Ich find's ja nichts im Verdrück, glaube ich. Ja, Schutz ist klar. Das kann nicht funktionieren. Ich hab mich sauber verdrückt. So schaut's aus. Jetzt heißt es wieder abwarten. Hab's von drin? Gut. Das geht. Und der geht dabei drauf. Na, noch nicht. Vitra auf die Beko. Vita warten. Der ist schüchelig weg. Was ist eigentlich so ein Fit? Ein Habe nichts. Gut, das heißt, der eine kann draufhauen. Was ist, haut drauf? Perfekt. Gut gelaufen. Da. Das hast du fein gemacht. Du, wo ist hier? Du, wo ist hier? Du, wo, wo? Level ab für Freya und Margon. Fein. Starke 2500 Gildwieder und einen Jadestein. Passt. So, nächstes. Next one. Aha, die drei Schüter. Wir fangen an mit Stippels rein. Wir rüfen nach hin. Oh, nicht zu gut, oder? Da schiebt die Eiko weg, ne? Mal schauen. Ich glaube, einer muss verreckt sein. Da waren 6000 dabei. Ja, ha, ha. Hurra. Ich bin auf die Eiko. Die muss ich mit zwei Klingeln unterheilen. Die Gute. Außer die anderen überrecken kann. Passt. Auch nicht schlecht. Bravo, Mäuschen. Nenn mich noch einmal Mäuschen. Und ich rammte dann mein Speer in den... Was? Was? Wuh, wuh, wuh. Sie hat nicht Level aberreicht. Subi. Wir haben ein Opal, eine Phönixfeder und 2300 Gild gewonnen. Sauber. Ja, ne? So gehen die Leute mit mir um. Mit mir, verstehst du? Mit der Armzocki. Ich sehe gerade, Mana ist wieder am Abkacken. Das heißt, wir müssen wieder schlafen gehen. Ah, zählt und so. Bitte, lieber Mowgli. Ich muss zählen. Ich glaube, ich werde gleich ein zweites Mal. Oder? Nein, nichts zweites Mal. Später. Da geht sich noch ein Kampf, vielleicht zwei aus. Den Part, das wäre mir lieber. So. 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 Ah, Freya. Oh, oh. Rufen, Duma, Buddy. Geht's hier aus? Boah. Hoffentlich überlebt er jetzt. Einer. Das hier ist schon jetzt. Dann geht's hier, wenn es jemand überstanden hat. Das macht sie für den Margon. Ich denke, bitte, bitte. Oh mein Gott, das könnte knapp werden. Ah, Nat hat's schon überlebt. Alles gut. So. Das war mehr Glück als sonst was. Dass die den Dälder an den Dälder durchgebracht haben, war echt glücklich. Aber jetzt müssen wir mal schauen. Konnte Margon sich ins Heidl? Wenn man gleich sehen. Ja, alles gut. Huch, alles gut. Ach, grad nicht. Schau, wird sie grad mit aus. Wieder 2003. Gehlen einmal Vakzin, einmal Opal bekommen. Sehr gut. Also, beim nächsten Gegner können wir dann schon dann, also die Eiko wollte ich behalten, weil sie unsere einzige Heilerin ist. Die könnte uns hier und da aus der Patsche helfen. Stimmt, die Eiko wird im Team bleiben. Ja. Ja, jetzt muss ich lieber so. Ja. Ja, ja, wölfst du und umkehrt. Trifft Martin, wenn der schwebt? Ich hoffe mal. Werden wir gleich sehen. Oh ja, das trifft schon. Das ist für mich's liebste. Margon, sauber. Bravo. Und, Achtung. Einmal für Eiko, Freya und Margon, sauber. Ui, Margon ist gleich 50. Das ist auch nicht schlecht. Wir haben ein bisschen Geld bekommen und die Ahnestein. So, das wollte ich noch sagen. Huch, und der Part ist zu Ende. Na gut, ihr Lieben, das war's da wieder für heute. Ich geh mal rüber zum Bugri. Zweckspeichern da. So, Speicherritual. So, ja, Speicher bitte. Cool, gut. Perfekt. Fein, ihr Lieben. Margon ist gleich Level 50. Das ist sehr, sehr gut. Ja, da geht's drauf. So muss das sein. Warst. Fertig. Und, ähm... Ja. Läuft doch gar nicht mal so schlecht. Wir werden dann Margon austauschen. Das ist halt so furchtbar. Margon wird ausgetauscht. Ich glaube, einer müsste noch üblich sein. Ich hab vergessen, wer es war. Aber ich glaube, es ist das gute Steiner. Wie wär's denn? Ist wurscht. Oder wie? Einer von beiden, glaub ich. Wurscht. Auf jeden Fall, der kommt dann ins Team. Der wird dann auch noch Level 50. Und dann geht's auf, mal als ersten Versuch zu Galant. Mal schauen, ob wir stark genug sind. Und wenn nicht, dann werden wir hier noch ein paar Stündchen quasi verbringen. Ein paar Wurzeln. Na gut, ihr Lieben. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.